Hallo und herzlich willkommen zu diesem SOMPHY Video. Ich darf Ihnen heute ein neues Produkt von SOMPHY vorstellen, nämlich den SOMPHY Monteurs Koffer. Der erlaubt es Ihnen mit Hilfe eines Smartphones entweder auf iOS oder Android Basis entsprechend I.O. Installationen zu programmieren und Handsender hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schauen des Videos. Jetzt schauen wir uns mal den Inhalt des Koffers an. Ich mache ihn einmal auf. Dann werden Sie sehen, dass sich im Deckel eine kleine Kurzanleitung befindet für die ersten Schritte zur Einrichtung einer Monteurs Box und im unteren Bereich des Koffers haben wir ein bisschen Technik versteckt. Wir haben einmal eine Taoma Switch, die dann als Schnittstelle für die Programmierung dient. Mit der Taoma Switch verbunden ist auch bereits ein USB-Kabel. Dazu gibt es eine Powerbank, die zur Stromversorgung dient. Zu der Powerbank kann man das kleine USB-Kabel verwenden, um diese aufzuladen und zum Aufladen der Powerbank entsprechend natürlich auch ein USB-Netzteil, damit die Powerbank immer entsprechend genug Energie hat, damit Sie auf der Baustelle arbeiten können. Jetzt schauen wir uns an, wie wir diese Taoma Switch als Monteurs Box einrichten. Die Schritte der Kurzanleitung sind recht einfach. Wir nehmen einmal das USB-Kabel der Taoma Switch und die Powerbank heraus und verbinden die zwei Geräte miteinander. Im zweiten Schritt schalten wir die Powerbank ein und sehen dann entsprechend auch den Akkustatus der Powerbank und legen diese wieder hinein. Sollten Sie das noch nicht gemacht haben, laden Sie jetzt dann bitte die Taoma Pro App herunter. Sie finden jetzt den QR-Code für jeweils den Play Store und den App Store eingeblendet, damit Sie das machen können und loggen Sie sich einschließend in die Taoma Pro App ein. Im Menü der Taoma Pro App haben Sie jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Sie können entweder eine Taoma oder einen Kunden suchen, wenn Sie bereits auf bestehende Installationen zugreifen möchten. Sie können eine Taoma für einen Kunden in Betrieb nehmen, wenn diese neu ist und der Kunde sie nachher selbst registrieren und nutzen möchte. Oder Sie haben den Reiter bestehende Installation bearbeiten, wenn Sie nun jetzt auf Ihre Monteurs Boxen zum Beispiel zugreifen möchten. Da klicke ich einmal drauf und werde jetzt aufgefordert, meine erste Monteurs Box zu meinem Pro Account hinzuzufügen. Ich klicke drauf und werde jetzt darum gebeten, den QR-Code der Taoma Switch zu scannen. Ich nehme sie einmal aus dem Koffer und scanne den linken QR-Code ab und kann jetzt dieser Monteurs Box einen individuellen Namen geben, zum Beispiel Monteurs Box von Damian, weil ich der Monteur Damian bin. Ich lasse das mal weg und bestätige die Eingabe und klicke einmal auf Weiter. Das kann jetzt ein paar Augenblicke dauern. Das Gerät wird jetzt als Monteurs Box dem Account meiner Firma zugewiesen. Nun habe ich die Möglichkeit im lokalen Modus auf diese Taoma Switch zuzugreifen, um Programmierungen zu machen. Das schauen wir uns dann entsprechend gleich an. Ich verbinde mich schon einmal. Dazu drückt man einmal den kleinen runden Knopf auf der Taoma oben drauf, bis die kleine schmale LED anfängt grün zu blinken. Das signalisiert dann, dass die Taoma Switch hier einen eigenen WiFi Hotspot aufmacht. Im nächsten Schritt verbindet sich jetzt mein Smartphone mit der Taoma Switch Monteurs Box und ich kann dann auf das Menü des Gerätes zugreifen, um meine IO Installation auf der Baustelle zu programmieren. Jetzt bin ich mit der Monteurs Box verbunden und habe ich hier einen kleinen Einblender in der App, der mich darauf hinweist. Achtung, lieber Monteur, wenn du mit der Installation fertig bist, klicke dann anschließend in der App auf Service beenden. Das ist insbesondere wichtig, wenn zum Beispiel ihr Kunde oder die Installation später mit anderen bidirektionellen Steuerungen, also zwei Wege Steuerungen von Somfy betrieben wird, eventuell mit einer Nina Fernbedienung zum Beispiel, dass dieses Service Tool, was ich hier benutze, diese Monteurs Box, den sogenannten IO Sicherheitsschlüssel aus der Anlage wieder entfernt, um weitere Programmierungen damit zu machen. Jetzt sehen wir in dem Menü die Installation. Das heißt, dort erhalte ich eine Übersicht der Produkte, die ich eventuell schon hinzugefügt habe. Im Moment ist meine Box noch leer und jetzt muss ich anfangen, nach den Produkten zu suchen, die ich gerne programmieren möchte. Ich klicke jetzt auf Produkt hinzufügen und werde nun entweder aufgefordert, eine Produktart auszuwählen. Diese Menüs können Sie anklicken, wenn die Produkte bereits programmiert sind und zum Beispiel mit einem lokalen Sender, wie beispielsweise hier der Fernbedienung C2O1, IO, bereits funktionieren, um die Produkte nach einer Lernbereitschaft zu versetzen. Wenn Sie jetzt eine Situation haben wie ich, dass die Motoren neu sind, noch keine Einstellungen besitzen, noch keine Handsender zum Beispiel haben, scrollen Sie in der App bitte ganz runter und wählen Sie hier dann unten das Protokoll IO aus. Hier habe ich jetzt die Auswahl Empfänger, Sensoren oder Szenario-Launcher. Ich klicke auf Empfänger. Es geht in dem Fall hier heute um Motoren und werde jetzt gefragt, habe ich Steuerungen dafür oder nicht? Da die Motoren neu sind, sind noch die Steuerungen nicht eingelernt. Also sage ich, der Motor ist ohne Steuerung. Und die Motoren, die ich jetzt hier habe, haben auch keine Endlagenprogrammierung. Das heißt, ich klicke hier in dem Fall drauf, SOMFI-Produkt ist nicht programmiert. Wenn Produkte zum Beispiel bereits programmiert sind, sehen Sie hier in der App zum Beispiel die Auswahl SOMFI-Produkt im Zustand der doppelten Spannungsunterbrechung, kann ich beispielsweise nach den Produkten auch suchen, nachdem ich eine doppelte Netztrennung gemacht habe. Ich klicke jetzt SOMFI-Produkt nicht programmiert an und muss jetzt die Motoren in Programmiermodus versetzen. Bei einem neuen Motor bedeutet das Strom einschalten. Wenn ein neuer Motor schon eingebaut ist und erstmalig Strom bekommt, ist dieser anschließend im Programmiermodus und kann durch eine Steuerung aktiviert und aufgeweckt werden. Also Strom einschalten und in der App sagen, verbinde dich. Das kann jetzt ein paar Augenblicke dauern. Wir sehen nun, wir haben Produkte erkannt. Ich klicke einmal auf weiter. Jetzt werden mir Produkte entweder schon nach Namen angezeigt oder nach einer Art ID aus dem IO-Funkprotokollsystem. Ich kann die Produkte einzeln anklicken und habe dann zum Beispiel entweder, wenn die Produkte eine Voreinstellung haben, einen Testbutton, wie jetzt hier in dem Fall das RS100 Motors. Das ist der Rollladen hier links im Bild. Dann kann ich direkt auf die Bedienung zugreifen und zum Beispiel eine Testbedienung machen. Bei anderen Produkten, wie jetzt dem Produkt hier mit dem Namen IO und einer Zahlenreihenfolge, die eventuell keine Voreinstellungen haben, kann ich unter Umständen nicht testen, sondern habe eventuell nur einen Identifizierungsbutton oder der Test funktioniert eventuell nicht. Das hat erstmal nichts Schlimmes zu bedeuten. Die Produkte können sich nicht testen lassen, wenn sie eventuell noch nicht eingestellt sind. Nachdem ich nun die Motoren gescannt und gefunden habe, tauchen Sie mir in der App-Einstellung unter der Rubrik Installation und Produkte auf. Da klicke ich einmal drauf. Jetzt haben wir die zwei Motoren hier angezeigt, die wir gefunden haben und können den jeweiligen einzelnen Motor anklicken, um ihn zu bearbeiten. Ich hätte bereits vorhin Namen ändern können. Ich mache das aber jetzt mal als Beispiel hier. Das heißt, ich klicke jetzt den RS100 mal an, kann oben auf den Namen drücken und entsprechend auch den Namen des Produktes verändern, um ihn zum Beispiel so zu benennen, wie er letztendlich nachher auch in der Installation, in dem Zuhause meines Kunden letztendlich auch heißen soll, zum Beispiel raumweise. In dem Fall entscheide ich mich mal für Schlafzimmer. Jetzt habe ich den Motor umbenannt. Jetzt kann ich entsprechend den Motor auch programmieren. Das finde ich in dem Menü Mögliche Einstellungen, Antrieb einstellen. Hier ein kleiner Hinweis an Sie. Als Monteur sollten Sie Produkte nur programmieren, wenn Sie auch Sicht auf die Produkte haben, dass Sie zum Beispiel bei einer Endlageneinstellung nicht zu weit fahren. Das ist die Einblendung hier in der App und im nächsten Schritt sehe ich die möglichen Einstellungen für den Motor. Was ich hier als nächstes angezeigt bekommen, hängt immer davon ab, was habe ich für ein Trägerprodukt, welcher Motortyp von Sompfis eingebaut und dementsprechend werden mir hier verschiedene Parameter angezeigt. Da ich jetzt nicht sicher bin, ob die Laufrichtung des Motors zum Beispiel stimmt, klicke ich einmal auf das Menü Drehrichtung und kann mit dem Pfeil hoch, Pfeil runter tasten in der App den Motor testen. Ich drücke einmal nach unten, um zu testen, ob der Motor runter fährt und stelle fest, oh, er fährt leider nicht nach unten. Also fahre ich über die Hochtaste nochmal einen Ticken in die entgegengesetzte Richtung und kann dann mit dem Button Drehrichtung ändern, entsprechend die Laufrichtung anpassen. Wenn ich mit der Einstellung fertig bin, klicke ich einmal auf Bestätigen, damit der Motor das übernimmt und kann nun mit dem Zurück-Button wieder in das Menü der anderen Einstellungen. Im nächsten Schritt möchte ich beispielsweise, dass der Motor oben eine manuelle Endposition bekommt, also klicke ich auf die Einstellungen der Endlagen, werde jetzt gefragt, möchte ich Automatik oder möchte ich obere oder untere Endlage einstellen. Ich wähle jetzt die obere Endlage aus und kann auch hier nun über die Bedienknöpfe der App den Antrieb, den Behang einmal fahren, bis er an der gewünschten Position ist und dann einfach über den Button Bestätigen in der App die Endlageneinstellungen abspeichern. Der Motor winkt und signalisiert mir, dass er die Einstellung übernommen hat. So können Sie hier Step by Step alle Motoren der Installation einstellen, die Sie hier drin haben, indem Sie wieder zurück in die Liste der Produkte gehen und dann den nächsten Motor auswählen, diesen einstellen, den nächsten Motor auswählen und so weiter. Sie können direkt bei der Einstellung des ersten Motors auch direkt Sender hinzufügen. Sie können das auch machen, nachdem Sie mit allen Motoren von der Einstellung her fertig waren. Klicken Sie den gewünschten Motor wieder an und wählen Sie dann anschließend unter dem Menü Mögliche Einstellungen und nicht Antrieb einstellen, sondern Sender hinzufügen und löschen aus. Nun entscheide ich mich hier beim RS100 Motor für den Wannsender Smooth, dass er diesen bekommen soll. Ich kann jetzt wahlweise entweder, wenn ein QR-Code auf der Rückseite des Senders verfügbar ist, mich dafür entscheiden, den abzuscannen oder ich kann sagen, ich möchte den Sender gerne über Proc-Taste hinzufügen oder löschen. Ich wähle die Proc-Taste aus. Der Motor geht jetzt in Lernbereitschaft. Ich kann nun den Sender nehmen, den ich anlernen möchte und einmal kurz die Proc-Taste bestätigen. Der Motor bestätigt das entsprechend mit Auf-Ab und nun sollte die Fernbedienung oder der Wannsender entsprechend auch direkt funktionieren. Wenn ich mit der Einstellung des Motors fertig bin, werde ich noch gefragt, testen Sie einmal die Fernbedienung, ob erfolgreich, ja oder nein. In dem Fall war es. Ich sage ja. Sollte das nicht geklappt haben, fängt die App nochmal von vorne an, bringt den Motor in Lernbereitschaft und fordert mich dann erneut auf, die Proc-Taste zu drücken, falls eventuell was nicht geklappt hat. Ich gehe wieder zurück in die Übersicht der Monteurs-Box und zeige Ihnen jetzt anschließend, was als nächstes möglich ist. Nachdem ich jetzt mit der Programmierung der Anlage fertig bin, entstehen im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Ich habe drei Situationen, die möglich sind, jetzt auf der Baustelle vor Ort zum Beispiel. Es kann sein, dass der Kunde, für den ich die Installation mache, mir jetzt dabei zugeschaut hat, wie ich mit Hilfe des Monteurs-Koffers zum Beispiel die Programmierung gemacht habe, Sender hinzugefügt habe und er sieht, dass ich mit einer App arbeite und mir Fragen dazu stellt. Dann kann ich dem Kunden sagen, ja lieber Kunde, du kannst das auch für dich nutzen. Es gibt dafür extra eine App für dich als Kunde, dass du die Produkte auch bedienen kannst. Und wenn er so Feuer und Flamme davon ist, dass er sagt, lass mir das gleich da, lieber Monteur, habe ich die Möglichkeit, meine Monteurs-Box in eine Endkunden-Box umzuwandeln, sodass der Endkunde die für sich registrieren kann. Dazu verlinken wir hier entsprechend gerade ein Video. Klicken Sie gerne auf den Link drauf, dann erfahren Sie, wie das funktioniert. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich mit einer Monteurs-Box die Anlage in Betrieb nehme, der Kunde aber nicht nur die Anlage selbst, also die Trägerprodukte, Sender, sondern eben auch schon eine Thomas-Switch bei mir in der Firma gekauft hat, die er eventuell schon auch schon vorab registriert hat. In dem Fall ist es notwendig, von der Monteurs-Box die Installation mit Hilfe einer Schlüsselübertragung auf die Endkunden-Installation zu übertragen. Auch da verlinken wir gerade das Video hier als Einblender, dass Sie das nachschauen können. Die dritte Möglichkeit ist, der Kunde ist vielleicht noch nicht sicher, ob er mit Tahoma-Switch arbeiten möchte oder nicht. Das heißt, er möchte erst mal die Produkte haben, die Sender dazu haben und überlegt sich das mit Tahoma-Switch. Dann sage ich einfach Service beenden. In dem Fall kappt jetzt mein Smartphone im letzten Schritt die Verbindung zu der Monteurs-Box und die Monteurs-Box kappt die Verbindungen zu den Produkten, dass diese wieder freigegeben werden, damit man sie eben beispielsweise in eine Endkunden-Tahoma später installieren kann oder mit einer anderen Monteurs-Box auch scannen kann, um sie wieder zu bearbeiten. Ich werde jetzt gefragt, habe ich den Service beendet, ja oder nein? Ich sage ja. Ich werde gefragt, ob es eine Zwei-Wege-Steuerung gibt. In dem Fall gäbe es keine, weil der Endkunde die Tahoma-Switch zum Beispiel nicht mitgekauft hat. Ich sage nein. Und jetzt wird die Installation fertiggestellt, sodass ich nachher sicher sein kann, dass ich, wenn ich die Anlage dem Kunden übergebe, dass sie sauber ist, er damit arbeiten kann, sie funktional ist und weitere Serviceeinsätze entsprechend möglich sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe Ihnen Ihr Interesse am Monteurs-Koffer geweckt und gezeigt, wie einfach und super es ist, die IO-Installation damit zu programmieren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020